Wir haben einen sehr erfahrenen und mutigen Gegner vor uns und ich muss zugeben einen großen Feldhirn. So sprach Winston Churchill über den Erwin Rommel. Beim Westfeldzug wurde zukünftiger Wüstenfuchs zum Lieblingsgeneral von Adolf Hitler und Rommel bekam später auch das Afrikakor unter seinem Kommando. In Afrika hat er natürlich sein taktisches Können und die Fähigkeit seine Soldaten und die Truppen zu motivieren und mit begrenzten Ressourcen auszukommen. Er hat voll unter Beweis gestellt und später wurde er mit Eichenlaub und Brillanten für den Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. 1944 bekam Rommel die Aufgabe den Atlantikwall aufzubauen, um die bevorstehende Alliierteninvasion in Europa zu verhindern und dabei wurde er verletzt bei einem Bomberangriff und kam natürlich ins Lazarett zur Genesung und später wurde er nach Hause geschickt. Das war am 17. Juli und am 20. Juli fand das Attentat auf Hitler statt, bekannt als Operation Valkyrie. Da gibt es sogar einen schönen Hollywood Streifen mit Tom Cruise drüber. Und der Führer griff hart durch. Es wurden Leute verhaftet, Verdächtige, alle mögliche und Rommel kam da auch unter Verdacht, wurde verhaftet. So beschloss der Führer den beliebtesten General von der deutschen Öffentlichkeit auch zu beseitigen. Er wurde recht stark natürlich in der Propaganda dargestellt. Er hatte ja bis dahin sozusagen keine Niederlage erlitten. Deswegen war er sehr populär, wurde auch so dargestellt. Es ist bekannt. Und wie soll man den also beseitigen, ohne dass es die Öffentlichkeit mitkriegt. Und da kam Hitler die Idee, den Feldmarschall zum Selbstmord zu bewegen. Und danach hätten sie einfach verkündet, dass der Rommel einfach an seinen Verwundungen gestorben ist. Die letzten Minuten von Rommels Leben wurden durch seinen Sohn Manfred Rommel bekannt. Manfred Rommel, ein bekannter Politiker, hat ein Buch geschrieben. Er war damals 15 Jahre alt und diente als Flaghelfer, so wie viele Jugendliche damals, nicht weit vor seinem Haus. Am 14. Oktober durfte Manfred nach Hause und dort war Erwin Rommel. Er erholte sich von seinen Verwundungen. Und man wusste bereits von den ganzen Verhaftungen. Es sind noch Ermittlungen gelaufen, Leute wurden verhört und neue Verhaftungen fanden statt. Folgendes berichtete Manfred Rommel. Ich kam nach Gerlingen um 7 Uhr früh. Mein Vater war gerade beim Frühstücken. Mir wurde eine Tasse Tee gebracht und wir frühstückten zusammen. Danach machten wir einen Spaziergang im Garten. Kurz vor 12 Uhr ging mein Vater in sein Zimmer im ersten Stock und zog sich um in sein Lieblingsgewand. Circa um 12 Uhr blieb bei unserem Gartentor ein dunkelgrünes Auto stehen mit einem Berliner Kennzeichen. Außer meinem Vater, dem Erwin Rommel, war noch sein Adjutant im Haus, der Hauptmann Aldinger. Dann meine Mutter und ich. Zwei Generäle stiegen aus dem Auto und gingen ins Haus. Sie waren respektvoll und fragten meinen Vater um Erlaubnis, mit ihm alleine sprechen zu dürfen. Ein paar Minuten später hörte ich, wie mein Vater aus seinem Zimmer ging und ins Zimmer, wo meine Mutter war, reingegangen ist. Ich wollte wissen, was geschieht. Also stand ich auf und folgte ihm. Er stand mit einem blassen Gesicht in der Zimmermitte. Dann gingen wir in mein Zimmer und der Vater sagte mir, ich musste eben deiner Mutter mitteilen, dass ich in einer Viertelstunde sterben werde. Könnt ihr euch die Gefühle in erster Linie vorstellen? Er blieb ruhig und fuhr fort. Es ist schwierig, durch die Hand des eigenen Volkes zu sterben. Aber der Hitler beschuldigt mich des Hochverrats. Dank meiner Verdienste in Afrika, zitierte er sarkastisch, habe ich die Wahl an Gift zu sterben. Die zwei Generäle brachten in mir. Der Tod wird innerhalb von drei Sekunden eintreten. Wenn ich ihn einnehme, wird meine Familie nicht verfolgt werden. Sie lassen auch meinen Stab in Ruhe. Ich habe ihn unterbrochen. Glaubst du das? Ja, sagte er. Ich glaube daran. Das liegt in ihrem eigenen Interesse. Ich versprach, dass ihr das unterstrengster Geheimhaltung bewahrt. Wenn ihr auch nur ein Wort darüber verliert, werden sie die Vereinbarung auflösen. Ich habe ihn wieder unterbrochen. Können wir uns denn gar nicht davor schützen? Es hat keinen Zweck, unterbrach er mich. Lieber sterbe ich alleine, als dass wir alle beim Schusswechsel umgebracht werden. Danach sagte Erwin Rommel seinem Adjutanten, dass dieser in 15 Minuten einen Anruf aus dem Lazarett erhält und es wird ihm gesagt werden, dass der Feldmarschall Erwin Rommel auf dem Weg zu einer Konferenz einen Unfall hatte. Danach sagte er, ich muss gehen. Sie gaben mir nur 10 Minuten. Danach hat er sich schnell von uns verabschiedet. Wir halfen ihm, seinen Ledermantel anzuziehen. Plötzlich zog er seinen Geldbeutel raus. Also dieses kleine Detail, dieses kleine Detail, dass er den Geldbeutel rauszogt, also sowas gibt wieder etwas Glaubwürdigkeit dazu. Weil wenn man so eine Geschichte selbst ausdenkt, dann denkt man nie an so Details, an so Kleinigkeiten. Geldbeutel rausgezogen und sowas. Also er zog seinen Geldbeutel raus. Dann sagte er, da sind immer noch 150 Mark drin, sagte er. Soll ich das Geld mitnehmen? Also in erster Linie bei so einer Situation, man ist verloren, man weiß nicht, was weiter passiert. Und plötzlich so ein komischer Gedanke, soll ich jetzt das Geld mitnehmen? Keine Ahnung. Das spielt keine Rolle, Herr Feldmarschall, wurde ihm darauf gesagt. Mein Vater legte vorsichtig seinen Geldbeutel zurück in die Tasche. Er ging ins Wohnzimmer, wo sein kleiner Dackel, den er ein paar Monate zuvor in Frankreich aufgenommen hat, sprang ihn an und jammerte laut. Er sagte zu mir, Manfred, sperr den Hund ein. Er wartete mit seinem Adjutant, bis ich damit fertig war. Wir gingen aus dem Haus. Zwei Generäle standen beim Gartentor. Langsam gingen wir den Pfad runter und das Knirschen des Schotters unter unseren Füssen war ungewöhnlich laut. Das Auto wartete bereits. Der Fahrer aus der Waffen-SS öffnete die Tür und erstarrte wartend. Mein Vater nahm den Marschallstab in die linke Hand. Er nahm einen neutralen Gesichtsausdruck an und drückte mir und Aldinger nochmal die Hand, bevor er ins Auto gestiegen ist. Die zwei Generäle stiegen nach ihm ein und die machten die Türen zu. Mein Vater drehte sich nicht um, als das Auto hinter einer Straßenkurve verschwand. Als es vorbei war, drehten wir uns um mit dem Aldinger und kehrten zurück ins Haus. 20 Minuten später läutete das Telefon. Aldinger nahm den Hörer ab und vernahm den entsprechenden Bericht über den Tod meines Vaters. Damals war nicht ganz klar, was mit ihm geschah, als er uns verließ. Später erfuhren wir, dass das Auto ein paar hundert Meter weiter von unserem Haus entfernt auf einer offenen Fläche vor dem Wald stehen blieb. Die Gestapo beobachtete dieses Gebiet mit den Anweisungen, meinen Vater zu erschießen und unser Haus zu stürmen, wenn er den Widerstand leistet. Einer der Generäle, Meisel, und der Fahrer stiegen aus dem Auto. Im Auto blieben der andere General, Burgdorf, und mein Vater. Als der Fahrer ca. 10 Minuten später zum Auto zurückkehren durfte, sah er meinen Vater mit abgenommener Mütze nach vorne lehnend und den Marschallstab fiel aus seiner Hand. Also das schrieb also der Manfred Rommel über seinen Vater. Aber wie war es in der Wirklichkeit? Was sagen Historiker dazu? War denn der Rommel an dem Anschlag beteiligt? Stand er in Verbindung zum Klaus Stauffenberg. Stauffenberg ist ja derjenige gewesen, der die Bombe letztendlich gebracht hat in den Hitlerstab. Also jetzt habe ich folgendes aus den Informationen, die so in letzter Zeit rauskamen, zusammen recherchiert. Manfred Rommel sagte selbst in einem Interview, das er vor ein paar Jahren gegeben hat. Zitat. Meinem Vater haben wohl auch verschiedene Gesprächspartner gesagt, dass Hitler getötet werden soll. Er war aber dagegen, weil er es nicht für möglich hielt. Die Truppe sei voll auf den Adolf ausgerichtet. Vielleicht sei ein toter Hitler noch gefährlicher als ein lebender. Mein Vater hat später auch gesagt, er habe von dem konkreten Attentat nichts gewusst. Das stimmt schon deshalb, weil Ort und Zeit erst nach der schweren Verwundung meines Vaters festgelegt wurden. Also diese Aussage, weil er sagt, toter Hitler ist sogar noch gefährlicher. Wenn man das jetzt mit dem vor ein paar Jahren veröffentlichten Plänen für Operation Undenkbar verbindet, dann weiß man, dass tatsächlich, wenn der Hitler getötet worden wäre zum Beispiel und ein separater Frieden mit den Alliierten geschlossen werden konnte, wäre es höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Krieg gekommen zwischen West und Ost. Also jetzt würde Deutschland weiterkämpfen auf der Seite von USA und Großbritannien gegen die UdSSR. Höchstwahrscheinlich. Weiß man nicht, aber solche Pläne gab es ja und deutsche Truppe sollte natürlich wieder da antreten und natürlich die primäre Rolle spielen. Das heißt, der Krieg wäre für Deutschland somit nicht vorbei gewesen. Und das hatte vielleicht der Rommel sogar schon überlegt gehabt oder erahnte das vielleicht. Aber das ist eine Spekulation von mir. Was sagen da andere Forscher? Historiker Dr. Vadim Tjelicin zum Beispiel sagt, dass die Offiziere des Generalstabes die Gelegenheit genutzt haben, um den Rommel zu beseitigen. Er zockt zu viel Neid auf sich als Hitlers Liebling. Der Zeitpunkt war natürlich günstig. Eventuell gab es auch andere Gründe. Vielleicht irgendwelche inneren Intrigen. Wie gesagt, fand am 20. Juli 1944 der Anschlag auf Hitler statt. Hitler überlebte. Staufenberg samt ein paar Generäle wurden sofort hingerichtet am 21. Juli. Über 7000 Verdächtige wurden von der Gestapo verhaftet und verhört. Rommel ist nicht sofort in Verdacht geraten. Wer könnte den legendären Rommel, den Wüstenfuchs verdächtigen? Er stand dem Hitler sehr nahe und es war natürlich gut für seine Karriere. Er hat es aber auch ohne Hitlers Freundschaft geschafft, weil er einfach durch die gesamte Laufbahn, also auch im Ersten Weltkrieg, hatte er immer herausragende Leistungen gebracht. Viele Verwundungen, viele Auszeichnungen. Also ein guter Taktiker war er auf jeden Fall. Er schrieb auch ein Buch. Infanterie greift an, glaube ich heißt es. Und Hitler las sein Buch mehrmals. Also Hitler liebte Rommel und Hitler liebte auch sein Buch, weil Hitler selbst auch von der Infanterie war und er konnte das ganz genau nachvollziehen, was Rommel schrieb in seinem Buch. Und die Liebe war auch umgekehrt, weil obwohl viele Forscher schreiben oder vor allem der Lutz Koch in seinem Buch Rommel als einen unpolitischen General beschrieben hat, schrieb zum Beispiel Rommel zumindest in den ersten Jahren an seiner Frau in den Briefen, schrieb er, der Gott hat uns den Führer geschickt, um Deutschland oder deutsches Reich zur Sonne zu führen oder sowas. Also hier gilt natürlich nicht, dass der Rommel unpolitisch war, weil du als Militär bist du automatisch in der Politik mit drin. Er war kein überzeugter Nazi, das stimmt. Doch er war deren Helfer, der Helfer von den Nazis. Und er wurde als die große Propagandafigur genutzt, wegen seinen Siegen vor allem, die er dann in Afrika erreichen konnte. Als der Rommel dann abgezogen wurde ins Hinterland, den Dienst im Hinterland mochte Rommel nicht. Er war ein echter Soldat und wollte natürlich immer auf das Schlachtfeld. So bat er beim Westfeld zog den Hitler um eine Division. Und obwohl er vorher keine mechanisierten Verbände kommandiert hatte, hatte er sich in Frankreich sehr gut gezeigt. Also innerhalb von zwei Jahren verwandelte er sich in einen der talentiertesten Deutschland. Generelle jagte die Briten durch Nordafrika, dabei bei zahlenmäßiger Unterlegenheit. Und unerwartete taktische Manöver hat er genutzt. Britische Journalisten haben Rommel als Propagandafigur genauso genutzt gehabt. Die haben auch den Spitznamen der Wüstenfuchs gegeben, weil er die Briten immer ausgetrickst hat. Ungeachtet seiner großen Siege wird er von verschiedenen Forschern unterschiedlich bewertet. Zum Beispiel schrieb der Historiker Lidl Hart, dass Rommel ein herausragender Feldherr, a brilliant commander war. Jedoch schreibt britischer Historiker Terry Brighton, dass die britische Presse Rommel so hoch gelobt hat, um die Missständnisse in der eigenen Armee zu verstuschen, Väternwirtschaft, Traditionsgebundenheit usw. Russischer Historiker Konstantin Zaleski beschreibt Rommel als einen talentierten Taktiker, jedoch keinen Strategen. Im Afrika-Feldzug brachte seine Eigenwilligkeit gute Ergebnisse. Das führte später zu Reibungen zwischen Rommel und Hitler. Also sie mochten sich dann später nicht mehr. Und Zaleski schreibt, dass im Osten, wo weitaus größere Verbände auf sehr viel größerem Raum operierten, die Eigenwilligkeit Rommels schnell zu einer Katastrophe werden konnte. Bereits 1942 änderte sich der Kriegsverlauf zum negativen und als die Niederlage offensichtlich wird, wird Rommel aus Afrika abgezogen. Historiker Sönke Neitzel schreibt, dass die große Propagandafigur Rommel nicht mit einer Niederlage in Verbindung gebracht werden durfte und Rommel daher frühzeitig aus Afrika zurück darf. Ja, sonst würde es Rommel auch nicht anders gehen wie anderen deutschen Generellen. Und hinter vorgehaltener Hand sprechen böse Zungen sogar von Tunisgrad in Anlehnung an Stalingrad, weil da auch viele deutsche Soldaten in Gefangenschaft geraten sind in Afrika, in Tunis. Also bereits davor kam es zu Spannungen zwischen Hitler und Rommel. Lutz Koch in seinem Buch Erwin Rommel verbreitete den Mythos nach dem Krieg, dass Rommel ein Gegner von Hitler war. Und das stimmte halt nicht. Und dass er eine führende Rolle bei der Anti-Hitler-Verschwörung hatte. Rommel wurde bei Lutz Koch sogar als die Figur beschrieben, die einen separaten Frieden mit dem Westen schließen sollte. Der russische Historiker Saleski schreibt, dass als man Rommel angeboten hatte, die Verschwörung gegen Hitler anzuführen, dass er dankend ablehnte. Natürlich muss Rommel von Stauffenberg gekannt haben, so Saleski, aber sie waren sicherlich keine nahen Freunde. So meint Historiker Simeonow, da Rommel sonst viel schneller in den Kreis der Verdächtigen gekommen wäre. Auch Saleski meint, wie auch Manfred Rommel, dass Erwin Rommel nie von genauer Zeit und Ort des Anschlages wusste. In keiner Liste der Verschwörer stand Erwin Rommel drin. Jedoch einer der Verhafteten und Verhörten konnten den Namen Rommel mal fallen gelassen haben. Vielleicht bei einem Verhör mit Gewaltanwendung. Als wahrscheinlichster Kandidat dafür kommt der General Hans Speidel in Frage, so die Historiker Tillitzen meint, dass es genüge neidische Köpfe im Generalstab gab, die Rommel als Hitlers Liebling weg haben wollten. Schließlich wurde er einfach vor die Wahl gestellt, entweder vor Kriegsgericht zu stehen, ein Verfahren durchzumachen und dann als Verräter gehängt zu werden oder als Held der Nation einen ehrenhaften Tod annehmen und als Held der Nation in Erinnerung des Volkes zu bleiben. Seine Familie bleibt verschont, sein Stab bleibt verschont. Das waren auch circa 50 Mann. Und sein Haus war sowieso zu dem Zeitpunkt umstellt. Also er hatte gar keine Chance zum Entkommen und seine Familie zu retten. Der Tag seiner Beerdigung wurde zum Volkstrauertag erklärt. Er wurde geliebt. Sein Sarg wurde auf einer Geschützlaffete durch die Straßen gefahren. Der größte Kranz übrigens kam von Hitler selbst. Doch auch er hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch etwas mehr als ein halbes Jahr zu leben. Das war's Freunde. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Geschichten von Generälen haben wollt, dann drückt einen Daumen hoch, empfiehlt das Video weiter und schreibt einen Kommentar, was ihr noch zukünftig gerne sehen würdet. Und vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!